Vers 51 bis 53 Baham Karam Balam Darpam Kamam Krodham Parigraham Vimucyanirmama Santo Brahma Buyaya Kalpate Budya mit Intelligenz, Vishudhaya völlig geläutert, Yukta beschäftigt, Dritya durch Entschlossenheit, Atmanam das Selbst, Niyamya regulierend, Cha auch, Shabda Adin, Viklang und so weiter, Vishayan die Sinnesobjekte, Tiagdva aufgebend, Raga Anhaftung, Dveshau und Hass, Vyudasia beiseite legend, Cha auch, Viviktasevi an einem abgelegenen Ort lebend, Laguasi wenig essend, Yata beherrscht habend, Vak Sprache, Kaya Körper, Manasar und Geist, Dhyana Yoga Para, in Trance vertieft, Nityam, 24 Stunden am Tag, Vairagyam, Loslösung, Samu Paschrita, Zuflucht gesucht habend bei, Ahankaram, falsches Ego, Balam, falsche Stärke, Darpam, falsche Stolz, Kamam, Lust, Krotham, Zorn, Parigraham und das Annehmen materieller Dinge, Vimutya, befreit von, Nirmama, ohne Besitzanspruch, Santa, friedvoll, Brahma Bujaya, für Selbstverwirklichung, Karl Pathé ist qualifiziert. Wer durch seine Intelligenz geläutert ist und den Geist mit Entschlossenheit beherrscht, die Objekte der Sinnenbefriedigung aufgibt und von Anhaftung und Hass befreit ist, wer an einem abgelegenen Ort lebt, wenig ist und seinen Körper, seinen Geist und den Drang zu sprechen beherrscht, Wer sich immer in Trance befindet und losgelöst ist, frei von falschem Ego, falscher Stärke, falschem Stolz, Lust, Zorn und dem Annehmen materieller Dinge, wer keinen falschen Besitzanspruch erhebt und friedvoll ist, ein solcher Mensch wird gewiss zur Stufe der Selbstverwirklichung erhoben. Erläuterung Wenn ein Mensch durch Intelligenz geläutert ist, weicht er niemals von der Erscheinungsweise der Tugend ab. Auf diese Weise wird er zum Beherrscher seines Geistes und befindet sich immer in Trance. Er ist nicht an die Objekte der Sinnenbefriedigung angehaftet und in seinen Tätigkeiten ist er frei von Anhaftung und Hass. Für einen solchen losgelösten Menschen ist es natürlich, dass er es vorzieht, an einem abgeschiedenen Ort zu leben. Er ist nicht mehr, als er benötigt und er beherrscht die Tätigkeiten seines Körpers und seines Geistes. Er hat kein falsches Ego, weil er den Körper nicht für das Selbst hält. Ebenso hat er auch nicht den Wunsch, den Körper durch das Annehmen vieler materieller Dinge fett und stark zu machen. Weil er von der körperlichen Lebensauffassung frei ist, ist er nicht fälschlicherweise stolz. Er ist mit allem zufrieden, was er durch die Gnade des Herrn bekommt und er wird nicht zornig, wenn es keine Sinnenbefriedigung gibt. Er strebt auch nicht danach, sich Sinnesobjekte anzueignen. Wenn er auf diese Weise völlig vom falschen Ego befreit ist, verliert er jegliche Anhaftung an materielle Dinge. Und das ist die Brahman-Stufe der Selbstverwirklichung. Diese Stufe wird auch Brahma-Bhuta-Stufe genannt. Wenn man von der materiellen Lebensauffassung frei ist, wird man friedvoll und nichts bringt einen aus der Ruhe. Dies wird in der Bhagavad Gita 270 beschrieben. Nur wer durch die unaufhörliche Flut von Wünschen nicht gestört ist, die wie Flüsse in den Ozean münden, der ständig gefüllt wird, doch immer ausgeglichen bleibt, kann Frieden erlangen und nicht derjenige, der danach strebt, solche Wünsche zu befriedigen.